so schafft rüber reichlich hoch Wow! Danke! Wir müssen doch hier durch, oder? Kacke! Wie vor 200 Jahren, die? Wir sind zu viele gebauten auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst entstanden haben... Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzerei! Aber warum die Regierung stürzt? Warum Erfgar? Denn ich sag, Sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Aber verrückt! So, äh... Wir sind halt so ein Ketzer. Kann ich bekleben. Nenken coole Weste haben wir. Findet ihr nicht? Und dieses Rig, da sieht man ja erstmal, wie un... umständlich das hier an uns dran ist, wie so... Keine Ahnung, wie soll ich sagen... Gefängnis extra... Was zum... Sind wir schon wieder tot? Wer hier lebt noch? Bringt ihn her! Wer lebt wohl nicht mehr? Isaac Clarke. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da! Sehen Sie das? Das ist ein Markertestlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Markertestprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Kranke Bastard. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Okay. Ja, roll dich von den Leichen ab. Oh, Scheiße! Schert, oder? Verdammt. Was ist das denn? Verdammt! Ja, cool! Arschloch! Für sowas benutzen wir ja liebend gern den Plasma Cutter. Wie wir das schon vom Vorgänger kannten, ne? So, nix besonderes. Den Starten. Wie immer ganz normal die Leichen zu pflücken. Kennen wir auch schon. What the fuck? What the fuck? Ich bin doch. Kann geschrauben. Man, ich kann nicht rüber sprengen. Das ist doch doof… So, äh… Wie ich das sieht, gibt's nur noch diese… Komischen Munitionsarten. ... hat die Kasten also ich seh kaum was so Gipsen fünf Magazine denke ich mal fünf keine Ahnung fünf fünf Magazine ich habe nie auf den Namen geguckt, wie kann das sein? in Bearbeitung Washington Station, da sind wir wohl in der USA, oder? und hier komme ich durch so, äh, weiter geht's ich nehme das hier mal Kinder-Shop wird nur ein bisschen gut wo der hier der hier der Arschkrampf what the holy fuck Stop Du Arschgeburt! Hau ab! Ich mag dich nicht! Bist du! Und du auch! Und du erst! What the fu- Vielleicht doch nur weh tun Weck mich doch! Mit der Mainz und weg mit dir! So, müssen wir wohl da lagen What the holy fu- Der schießt auch noch auf uns! Ihr Feater! Ja, mal runter, ne? Bleib! Bleib doch still! Der Tod ist doch ein normaler Zyklus! Was? Ach, Mann! Ist gerührt! Weil diese... So auf den Sack! Das geht nicht! Okay! Ich hab's zur Station geschafft! Was ist das? Oh! Der Panik verloren! Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen! Dann springen Sie auf einen Zug! Los! Richtig gut! Es sieht aus, als wäre der Zug für den neuen Trinkwaden ausgestattet worden! Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen! Ganz schnell! Lennox Shuttle sind nicht weit weg! Wir versuchen sie abzulenken! Beheilen Sie sich! Ich tu mein Bestes! Zuganordnung unvollständig! Bitte vor Abfahrt, Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln! Ich denke mal, so wie ich es gerade mache, ist es richtig, oder? Und jetzt? Jetzt? So! Es hat funktioniert! Jaaaa! Äh, warte mal! Du kannst einsteigen! Okay, Norton! Der Zug ist wieder flott und kann durch das Süddorf fahren! Er entgeht Ihnen nicht! Das Anderes bewegt sich nicht! Verstanden! Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben! Halten Sie sich der Abholung bereit! Es wird brenzlig! Hier kommt der! Verdammt! Morten! Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was mit Alley ist! Ihr wart auf der Regenzeit und Leise! Erhebt sie noch? Wir haben uns letztens auf der Kiro-Station gesehen! Sie war auf der Kiro-Station und wollte zu geheimen Koordinaten! Dann warnt ihr Kontakt ab! Sie haben direkt von der Kiro-Station und Wettens-CAP und Fuchsdeutsch ins Wildersitz nachgefunden! Was ist das? Watt der F***? Oh nein! Jaaaa! Hier kommt die Kavallerie! Danke! Ich schenke mal das doch! Und Sie haben einfach Spaß! Sehr gut! Ich bin ein bisschen verwundet am Kopf! Weiter geht's! Hoffentlich ist das jetzt nicht alles zu laut mit dem Sound! Verdammt! Da da da! Da! Typische Zähne! String! Ehhh! 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 Krass! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Bringt uns hier raus, jetzt! Cyberpok! Und wer sind wir? Wer... Wer bin ich? Was bin ich? Wo bin ich?! Wieso bin ich? Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück? Er ist tot. Der Nick hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strecken Sie sich demnächst an. Korba, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Okay, wir sollen unsere Hintern schwingen. So, das machen wir auch. Das war nicht direkt. Hier könnt ihr mal kurz lesen. Äh. Ja, es ist gefährlich, jemandem zu vertrauen. So, ich mach hier nämlich einen Schnitt und, äh. Freue mich schon weiter auf das Let's Play. Ihr habt ja gesehen, bis jetzt keine FPS-Einbrüche oder sowas. Und deswegen, See you later.